Guten Morgen! Ich weiß, es ist eine lange Zeit, da habe ich keine Videos aufgenommen. Ich bin hier oben nach Mäh-Insel. Das klingt wunderbar, wirklich. Es ist mein zweites Mal hier zu kommen, ehrlich. Und nur mal, ich wollte wieder Videos so was machen. Also bitte Leute, jetzt Tourismus hat angefangen wieder besser zu sein. Und wir kriegen jeden Tag viele Leute kommen aus Deutschland und England auch. Leider gibt es keine russischen Leute bis jetzt, aber die russischen Leute, sie wenden auch einen Weg. Sie gehen erstmal nach der Türkei und dann von der Türkei sie ankommen hier in Hangarda. Ich wollte nur ein Video Spaß aufnehmen. Also ich wollte sie die Aussicht von hier zeigen. Es ist ein wunderbar Strand, ehrlich. Das Rutsmeer gibt es. Wir gehen hier tiefer und tiefer. Sie werden viele Korallensriffe auch sehen. Sehr viele fabelhafte Korallensriffe hier. Ich würde sagen auch, es ist wirklich reisewert hier zu kommen. Es ist eine von den schönsten Inseln auf der Welt. Weltweit. Die andere Seite hier drüben ist das Paradies. Aber ich denke hier ist viel schöner als Paradies, natürlich. Hier ist es Mahmere Insel. Also es ist hier klar, natürlich, wie schön es ist. Kann ich nicht Worte finden, also kann ich das buchstäblich beschreiben. Und ich habe nichts.